Es ist manchmal ein bisschen traurig, immer noch an diese Zeit zu denken, als ich so alleine war. Aber dann habe ich dieses Lied zum ersten Mal gehört und dann habe ich einfach zu Hause alleine in meinem Zimmer geheult, weil das war der Moment, wo ich zum ersten Mal akzeptiert habe, okay, es ist okay, alleine zu sein und einsam zu fühlen, aber das heißt gar nicht, dass du der Einzige bist. Dann merkt man, okay, ich bin doch nicht allein. Genau, bei mir ist es ein bisschen anders. Ich glaube, ich habe dieses Lied zum ersten Mal gehört, wenn ich zu Deutschland gezogen bin. Und ich war allein im Mitte 1000 Leute in Berlin. Und ich brauchte auch diesen Abstand manchmal zu nehmen, um wirklich zu sich wieder zu sein. Und ich höre es oft, wo ich brauche dieses Gefühl Friede und Einsamkeit. Aber eine Einsamkeit, die man hat entschieden. Ja, Einsamkeit ist vielleicht ein kaltes Wort, aber in diesem Lied gar nicht. Irgendwie durch diese Ruhe hat man so ein warmes Gefühl. Es ist mir wie eine Wanderung im Wald oder eine Meditation, dieses Lied. Und es bringt einfach Vertrauen. Ja. In selbst, im Leben. Ich weiss nicht, es ist wie eine Umarmung, dieses Lied. Alles im Leben ist egal, wenn man dieses Lied hört. Ja, genau. Es bringt mir diese Ruhe, dass ich im Alltag gar nicht finden kann. Ja. Ja. Um. Ja. 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 Jagen. Ich bin der Welt abhanden gekommen, 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 Ich bin gestorben, Ich bin der Welt abhanden gekommen, 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 Iman die Welt abhanden gekommen, Ich bin der Welt abhanden gekommen, Vielen Dank.